hey meine kleinen fratze willkommen zu einer weiteren folge minecraft mario party mit der palette der manual und der eins wo bist du hier du hast jetzt aber keine sechs oder das geht ja ja das ist ja nett dass du so da gönn ich mir warte im sieger schluck genau warte ich bin ich bin opfer schluck ja das ist ein opfer schluck hast du das okay so geht das dürfen ist der sieger ja wenn man nur okay aber nächstes mal bitte mehr schlürfen je stärker du schlürfst desto mehr zeigt das sagt das aus dass du richtig krass bist okay sagte wenn ich jetzt gleich die bin ich schlürf alles weg schlürfen mal hier schlürfen mal nein oh gott hier sind so viele nein ich bin der kartoffel nein nein eine halbe sekunde oder sekunde scheiße doch ja nehmen wir beiden opfer schlug ja warte ich hole hier sekunde alter das wäre mir gerade so ich habe mich wieder voll gekottet es sieht aus als hätte ich mir die hosen gemacht das ist aber erfrischend jedes mal wenn ich dich sehe bei irgendwelchen events sehe ich dass du dich angekottet hast an deinem gesichtsausdruck ich merke das und an dem gestank meinst du ja ja okay stutzpaar platz 11 und du moment mal ist stutzpaar nicht ein nickname was denn für einer ja es hieß doch mal einer stutzpaar alter ach du scheiße oh ich darf einen siegerschlupf wegen der sechs eigentlich warte ich habe eine eins gewürfelt ja ich bin mit einem anderen der letzte das wird glaube ich zeit für eine opfer dusche oder so ja aber drachen genau einfach so die die dingens schelle wie wie ist das noch mal die eisbucke challenge nach die eisbucke challenge die eisbucke challenge irgendwie ist das ist es uncool wenn mein ganzer schritt ist nass kannst du mir schicken das blende ich dann gerne ein ok warte hat es eben auch kurzzeitig so ein lag ja hallo ich will jetzt das bild einblenden ja ja ich schick's dir ja ok jawee du schickst mir das nicht ja ich schicke mir das natürlich natürlich ist nicht rein rein retuschiert leute alles real originaler pedisels schick boah jetzt hat es geleckt das ist keine ausrede hat es halt echt und wenn nicht dann editier ich es rein ein paar frames wegschneiden aber einfach doch klar und es geht ja echt du kannst einfach ein paar bilder wegschneiden dann sieht es aus als als wäre es ein leck oh mann ey das muss ich mir merken ja kein problem ja mal let's play warum nutzt ich da überhaupt eine fehler bin ich irgendwie ein opfer manu ich sehe dich hilfe bitte nicht mit kot einreiben okay jedes mal derselbe fehler und und ich bin erster was der war gerade vor mir wo war das denn nochmal da muss ich da auch lachen das ist aus dem aus dem Lil Wayne der sagt immer what und der anders sagt er yeah ach man ich hab ne 2 ich muss auch ich glaub ne 3 ich hab jetzt die erste Zahl schon vergessen leute ich glaub ne 3 und ne 5 oder so ich muss burgeln guck mal direkt von ah ich kann schlürfen wie schlürft man denn aus ner flasche ja so warte so alter das muss eklig geklingen haben ok schlürfen kann ich nicht bei dem teil oh minnefeld minne minnefeld minnefeld das ist der heiße scheiße minnenfeld minnekraft minnekraft er hilft auf jedes dach vielleicht sollten wir doch ein Rapper werden hast du schon verstanden wir haben einfach so nen krassen Fluff boah alter hier ist jemand was soll das denn mit der Explosion da hinten immer ja ja ich war voll in der Lücke und bin trotzdem gestorben das zählt nicht wenn du jetzt gewinnst das zählt einfach nicht was ne ich bin zurück geschossen worden ach nö man jungen rink oder riel ich bin schon wieder gestorben alles klar Peter du darfst du musst so googeln alter Junge oh ja google für mich hat schon einer gewonnen ne ich glaub nicht boah war das knapp alter alter ich wär fast drin wo bist du denn da hinten ist das Opfer guck euch mal das an bitte bitte vielleicht noch dritter hier kommt er ja schade ja da bin ich gerade nochmal am Opferschliff vorbeigekommen ja ich würd gern schlürfen aber das geht nicht Leute erstmal hab ich keinen Durst mehr ach ne 3 ne 2 jetzt wenigstens noch mit dem 2 ne 6 ne 2 aber ich konnte auch nur ne ach ne 6 Junge komm mach da so weg kommst ja aber ich hab so auf ne 1 gewürfelt dass ich dich doch eh nicht überholen kann oder? doch du bist doch du Feld 24 Jünger ich bin 3 Felder vor dir 3 Felder Alter wie soll ich das denn schaffen das ist so krass Alter 3 Felder wow jump and run weißt du was ich gerade super traurig finde ah dass wir nicht mehr diesen Flug scheiß bekommen den fand ich so cool weißt du heul doch ja mach ich ja auch hörst du mich nicht halten hey wie soll man das denn schaffen das geht gar nicht achso oh ja ok ich sollte vielleicht mal in der Mitte abspringen und nicht irgendwie 5 Felder davon entfernen Alter bin ich ein Opfer ja so ein kleiner Opfer weißt du komm mach ichs dann wreck ich wieder alles weg das ist so unfair das ist einfach Letcherlides bist du guckt euch das an ich bin wie eine Götter oh und dann kommen die Ombord nein als ob alter als ob als ob als ob ach du scheiße ey alter Junge das ist so traurig wenn du sowas sagst und dann einfach so feilst ne 3 oh ne 6 alter und Prissel hat noch den zweiten Würfel Palöten Würfelten, ja? Kannst du bitte jetzt schlechter Würfeln? Ich schneide das hier raus. Bitte verliere immer. Lass mich vor. Oh, es leckt. Oh, Mann, was ist das denn für ein Monsterwerk? Und dann bleibst du einfach so eine halbe Stunde vorne stehen vom Ziel. So beim Minenfeld. Also, was geht denn bei ihm ab? Oh, oh. Oh, das hat man jetzt aber schon lange nicht mehr. Oh, meine Map. Oh, dein, oh, das ist... Aber das, wir, ich glaube, ich habe das jetzt schon seit zwei Wochen nicht mehr gespielt. Kann das sein? Kommt hin, oder? Gut Mocklik. Gut Mocklik. Mami, es ist gut Mocklik. Oh, ich habe voll so ein Power, aber es liegt wahrscheinlich einfach... Ein Power. Okay. That's a power of love. Oh, nein! Was? Ich habe mich zurückge... Ich bin runtergefallen. Ich auch. Ich möchte aber nichts sagen. Ey, die Steuerung ist viel direkter jetzt. Ist sie? Die ist wesentlich direkter, die Steuerung. Siehst du, Lassner? Ja, man ist leider nicht mehr. Das war mein Vorteil, immer. Junge, ich bin einfach wie so ein Bob. Alter! Ich sehe dich. I see you, Manuel. Ist das das erste Mal Pferderennen in der 1.9 für uns? Kann das Sinn? Das ist das erste... It's the first time. Stimmt, das war voll so richtig... Ja, also im Vergleich zuvor. Es ist halt so voll ungewohnt. Als ob ich so weit vorne bin. Nee, aber warte mal. Ich verstehe gerade nicht. Sind das Spieler davon, oder? Das sind alles Spieler. Sind das Spieler? Siehst du einfach nicht. Ach, ja. Junge. Wir werden 11er und 12er. Ja, wie willst du das denn schaffen? Ja, ja. LOL. Wir haben so einen Opferschluck verdient. Aber ich will nichts trinken. Bitte nicht. Nee, kein Schnaps. Paluten ertrinkt. Bei Minikraft Mario Party. So nenn ich ihr Pate. Du bist einfach nur eine Eins gewürfelt. Du bist aber Platz Eins. Du bist einfach... Bist du neun Felder vor mir? Willst du mich eigentlich ankotten? Sind hier gerade vier Leute mit mir auf dem Feld? Ja, insgesamt sind wir zu viert. Ja, stimmt. Du bist so... Ach, du Scheiße, ey. Jetzt musst du aber zeigen, wer der Manual ist. Ja, ja. Ich bin ja der Manual, ne? Glaubst du? Ich weiß nicht. Hey, Palette. Nein, bitte schieß mich nicht ab. Was ist hier dunkel? Hör auf! Haha, du... Was hast du mich noch gekillt? Echt? Ey. Nee, das weiß ich glaube ich nicht. Jetzt könnte ich wirklich reinkotten, ne? Jetzt hat der echt noch den Kill bekommen. Und ich wurde weggesnackt. Oh. Alter, ich muss... Oh, Manuel. Ach, Mann. Nein, und er hat mich weggerockt. Was? Mann, ey. Weißt du, was ich verdient hab? Einen Kott. In meinem Gesicht. Voll gequält. Ich hab mich angeschlichen wie eine Anaconda. Das kann doch nicht wahr sein. Was? Weißt du, was mich richtig aufregt? Wenn Leute hacken. Und ich zu dumm bin. Ich wurde in der Luft weggesnackt. Alter, ihr seid solche Maschinen. Nein. Ey, bewegt dich einfach nicht. Ja, geil. Danke. Ich wurde... Du bist so ein Arsch. Nein. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Hallo. Hier. Du hast mich getroffen damit. Ich bin reingelaufen. Ach, Mann. Ja. Boah, der war nice. Ey. Der sah auch richtig cool aus. Scheiße. Weißt du... Ey, ohne... Ich hab so eine Cottdusche verdient. Es ist so krass. Der eine geht richtig ab. Ich... Ich brauch Spieler. Hallo. Ja, ich auch. Ich hab einen. Der wird mir jetzt nochmal wegrecken. Als ob der jetzt einen Bogen hatte. Ähm, fein, meine ich. Ich bin einfach Vierter. Ne, was? Hä? Ah, ihr habt dich im Platz geteilt. Aber wir beide Zweiter. Oh, gut. Ja, das ist echt Glück. Ich muss weg von den vier Leuten hier. Das ist doch... Ne, sechs. Ne, sechs. Ne, drei. Ich kann dich eh nicht ein. Und das ist vorbei. Das ist gelaufen. Und eins. Ja, scheiße. Ja, geil. Sechse Leder. Sechse Leder. Kommt die Sechse Leder. Vierter. Vierter. Und du... Dir fehlt ein Feld. Ja, ein... Boah, weh. Du küsst ein Bowser-Feld. Bitte nicht. Bitte nicht, Ballette. Mini Survival Games. Mini Survival Games. Könntest du mich bitte nicht töten? Okay. Wird das eh wieder als Ausrede? Erste Kiste ist schon mal Kott? Ja, bei mir auch. Richtiges Kott. Beide Kiste. Ist wesentlich besser gewesen. Ne Eisenbrust, als ob. What? Ja. Hicke. Hicke. Aber ich brauche eine bessere Waffe. Das ist viel mehr wert. Junge, ich finde hier... Ich finde... Ich finde auch gar nichts. Junge, hier sind aber auch keine Kisten mehr. Ja, bei mir auch nicht. Ja, okay. Ich habe richtig reingeschaut. Ja, ich auch. Na, Eisenachst. Hab gewonnen. Wie kommt man denn da oben an die Kiste? Wie komme ich da ran? Alter, au. Das war schon wieder knapp. Wie soll man denn da? Ist da was drin? Nein! Nee. Nein, Paretten. Ich rette dich, okay? Nein! Da bist du... Ja, ich habe dich sogar gerettet. Ich habe dich erlöst. Als ob... Oh nein. Ich habe den Kill bekommen. Das ist gut, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja! Wow! Sechse Leder! Bitte Leder. Sechse Leder! Fünf Kills. Sag mir, wo die Kumpas sind. Ne. Sag mir doch, wo die Kumpas sind. Ich muss... Mit deinem Kill, Boss. Ich sehe aber tatsächlich niemanden. Hicke? Auf den Dächern ist er... Ach, da ganz hinten. Ja, sag mal. Dann sag, wenn er kämpft, dann sag. Ach so, okay. Das war kein Spieler. Das war ein Typ, der hier einfach fliegen konnte. Oh ja. Ich sehe tatsächlich niemanden. Es ist niemand auf den Dächern. Ja, aber irgendwo musste einer... Ah, da hinten. Ich dachte schon, ich wäre alleine auf der Welt. Ey, wow. Kommt ihr, Junge, mal. Es liegt ja... Ja, geil. Hallo, Junge. Hallo. Als ob, ey. Wie filmt. Boah. Das war sogar knapp, ey. Aber es ist noch keine Sluge oder so da. Ach, easy, Alter. Sechs Kills. Wow. Oh, das hat aber gerade lange geladen. Da hatte ich schon ein bisschen Angst. So, jetzt bitte irgendwas Gutes. Ich kann noch Zweiter werden. Ich habe eine Drei. Was hast du? Manuel? Heute mal. Hast du eine Eins? Nee, eine Fünf, glaube ich, eine Vier. Die Vier, Mann. Die hätte ich nicht sein müssen. Ich bin mit ihm im Offenfeld. Oh nein, ich bin mit ihm Zweiter. Hä? Nee. Ja, okay, Zweiter. Alter, krass. Zwei Fehler bist du vor mir. Drei. Da ist mein Vorsprung aber geschmolzen wie ein Eis in der Sahara. Wie ein Eis im Mund. Schöner Vergleich. Ja, gut. Dann bewerte den Part. Guckt bei der Palette vorbei. Ja, und irgendwann sehen wir uns wieder. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bibi Kackrin, mein Mull.